Das hier ist das Niemandslang für mich. Und hier verliert man Zeit und Raum. Wir machen hier alle so Party und ich habe so gute Laune, obwohl wir drei Stunden lang angestanden haben. Aber ich bin angekommen und es ist so geil, so geil, so geil. Benchen, Benchen, Benchen. Juhu, I'll stay, thank you! All right... So, Leute, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, oder? Ja! Was? Das ist das letzte Mal. Läuft! Die erste. Seid ihr bereit? Wir brauchen euch. Für Berlin. Nein! Oh, und ich habe gerade mit Juwald ein Interview gemacht. Der hatte eine harte Nacht hinter sich. Aber das erzählt die Kamera wann anders.